Der Adletts Multiplayer, genauso für die Rechte wie Frauen, nimmt gar keine. So, ja, wir sind jetzt wirklich in Sibirien, Tatsache. Man sieht jetzt hinten im Hintergrund das kleine Schild noch. Wir spielen jetzt lustig Minigolf. Mal gucken, wer gewinnt. Bin ich ja mal gespannt. Da sind Kühe. Da hinten. Aber ich glaube, die Kühe sind nicht so gut drauf. Anna schlagen müssen. Du bist ein Klugscheißer, ihr. Oh, auch eine 2. Sehr gut. Ich hatte eine 2. 2. Peace. Was hab ich denn? 3, 3, 2, 2. Ist das richtig? 3, 3, 2. Und jetzt kommt Bahn Nummer 4. Der Adletts Multiplayer braucht wieder mehr als einen Schlag. 3, 2, 2, 3. Das ist gut. Das ist gut. Nein. Ja! Das glaube ich aber nicht, ne? Ja, 2 Stücke wieder mal. Danke. Oh Gott. Ich hätte eine Mecker, Heini. Das hat mit der Wippe fast gut geklappt, ne? Ja, der Herr Letts Multiplayer, der... 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 Also... Ne, was wollte ich sagen? Der Herr Letts Multiplayer, äh... Vergisst auch was er sagen will. Beim Mini Golfspielen. Aber dafür führt er auch sehr gut. Sehr weit sogar. In das Loch hier bin ich rein. Hier bin ich rein. Oh. Wir mussten ein Loch überspringen. Oder eine Bahn überspringen. Da die jetzt auch grad schon wieder besetzt ist. Da habe ich... Das irgendwelche komischen... Oh! Ja, Tizio dürfen wir nicht filmen. Der hat uns die Rechte verboten an seinem Gesicht. Ähm... Anja hat mir die Rechte an ihrem Gesicht noch nicht verboten. Stimmt? Nein. Der Herr Letts Multiplayer bekommt nicht überall Rechte. Der Herr Letts Multiplayer hat genauso viele Rechte wie Frauen. Nämlich gar keine. Ja, man braucht ganz schön viel Schwung beim Mini Golf. Ich habe ja auch Schwung in der Hüfte. Wuuuui! Einen Hüftschwung. Ich habe einen guten Hüftschwung. Ja, Hüftschwung ist wichtig beim Mini Golf. Da helfen auch keine PaySafeguards. Schöne Grüße an Tim an dieser Stelle. Der wollte nämlich gegrüßt werden, ne? Tim. Der wollte gegrüßt werden? Ja. Willst du Tim auch grüßen? Schöne Grüße Tim. Und auch an deine Freundin. Danke, dass ihr an mein Geburtstag an mich gedacht habt. Wuuu! Ja, Bahn Nummer 17. Sieht ganz gut aus. Mal gucken, was die Bahn so kann da. Man sieht sie da. Fertig. Ja, das war Loch Nummer 9. Oder ist noch Loch Nummer 9. Ähm... Wir haben das jetzt zu Loch Nummer 18 gemacht, weil Loch Nummer 9 die ganze Zeit belegt war. Das glaube ich nicht. Unfassbar, der Mann! Ich stelle mich nochmal auf, um das ganze nochmal zu filmen, das ganze Spektakel hier. Nicht? Ich habe ein bisschen Angst um mein Leben. Der Let's Multiplay und so. Aber hinten ist ein Netz, was mich bestimmt schützt vor täglichen Angriffen. Jaaaay! Jaaaay! Auch im zweiten Versuch. Geil! Ich freue mich, warum die anderen Menschen so lange gebraucht haben vorhin hier bei diesem Loch. Naja. So, Tizio ist dran. Der kriegt nachher ein Mondgesicht auf sein Gesicht drüber gepackt. Ich kann das lieber nicht, dass das gut ist. Nein, ich bin das nicht. Ja, das war Vlog Nummer 3 hier bei Let's Multiplay bei Minigolf Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Like da. Lasst gerne einen Kommentar unten in den Kommentaren stehen. Und lasst auch sehr gerne ein Abo da. Beim nächsten Vlog gibt es wieder lustige Action. Es folgen dann auch andere tolle Videos. Schaut einfach mal vorbei. Bis bald. Vielen Dank, sagt Florian von Let's Multiplay.